Ein Mädchen mit ner Leiter auf den Marktplatz rief. Die Leiter war sehr hoch, ja richtig, richtig lang. Und das Mädchen nimmt die Leiter an den Kirchturm an. Die Stiegstufe für Stufe, ihre Leiter hinauf. Immer weiter, immer weiter in den Sternenhimmel rauf. Und sagte lieber Mond, ach ne mir, dass nicht kommt. Denn ich tanze und ich hopse jetzt auf die Herung. Oh la la je, oh la la je. Oh la la, hopse, hopse, oh la la je. Da wachten alle Leute im kleinen Städtchen auf. Sie schauten aus dem Fenster zum hellen Mond hier auf. Sie kratzten die Köpfe und fragten sich warum. Tanzt und hopst da plötzlich jemand auf dem Mond herum. Oh la la je, oh la la je. Die Leute haben gerufen, was soll denn die Sacken. Das Tanzen, Singen, Hopsen, mitten in der Nähe. Ich kann da mit sie runter, zeitartig lieb und nett. Ich tanze nur noch einen und irgendwann leg ich mich ins Bett. Oh la la je, oh la la je. Oh la la, hopse, hopse, oh la la je. Es war mitten in der Nacht, das ganze Städtchen schlief. Als ein Mädchen mit ner Leiter auf den Marktplatz lief. Die Leiter war sehr hoch, ja richtig, richtig lang. Und das Mädchen lehnt die Leiter an den Kirchturm an. Die Städtchen verstoßen, die Leiter war sehr hoch, ja richtig, richtig, richtig. Vielen Dank.